Zwiebeln, yeah! Hertha-Familie, der ist für euch. Ich habe immer noch Hunger. Ich hoffe, ihr auch. Deshalb gibt es von mir im Olympiastadion beim neuen Hakiki-Stand 2023 Döner for free. Beim ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich warte auf euch, euer Prinz. Ich bin 34 Jahre alt. Jeder kennt mich, weiß, was ich durchgemacht habe. Ich bin nicht hergekommen, um Messi oder Ronaldo zu sein. Ich probiere alles, ich gebe Vollgas und ich gehe an meine Grenzen. Körperlich, mental. Ich bin total. Ich bin total. Ich bin total. Freiwilligeよろ travailwerfeier, Das ist alles, wir questavinzisch. Ich bin total. Hör in ein Video. Wir hatten Hunger, ich habe den Jungs gesagt vor dem Spiel, habt ihr Hunger? Dann haben alle gesagt, sie haben Hunger, dann habe ich gesagt, lasst uns essen gehen.